So, das ist dann jetzt einer der Versuche gegen Sith. Mal sehen, ob wir... So, der Start ist schon mal besser. Ja, das ist gut ausgewichen. Nein, ah, immer diese Attacke. Okay, das steht da drauf. Okay, jetzt... Oh, gut, ich habe mich vom Ersten erwischen lassen. Ach komm! Ah, okay. Dieser Versuch wird es dann wohl nicht gewesen sein. Tja. Da werden wir dann wohl einen neuen Versuch brauchen. Ach ja. Echt ne nervige Scheiße, manchmal. Irgendwie ist es nervig. Zur Not werde ich mal Seelenfarm gehen. Und dann hoffentlich mit den ganzen Seelen mich irgendwie ein bisschen boosten können. Um denen dann was entgegenzusetzen. Aber wo kann man gescheit farmen? Naja, das kriegt die ja wahrscheinlich eh nicht sofort mit. So. Gut, ich nehme alles auf bis zum Punkt, wo ich wieder zurückkomme. Und mein Handy stellt. Was mir jetzt gerade sowas von egal ist. Und damit zu willkommen zurück zum Kampf gegen Sith. Dies ist einer der Versuche gegen diese Bestie anzukommen. Und ja, auf jeden Fall sind wir schon mal aus der Ecke draußen. So. Ja. Okay. So. Ja, perfekt. Okay. Äh. Ja, okay. Okay. Gut, 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 gut. Okay. Okay. So. Ich konnte hier meinen Schlag wenigstens wieder versetzen. Okay. Alles, was man von links an steuert, sollte man meiden. Alles, was man von links an steuert, sollte man meiden. Ich habe noch besser. Ich kann mal auf den Schrauben her. Okay. Ich kann mich auch von links ansehen. Ich kann nicht mehr rauskommen, aber ich kann das nicht machen. Okay. Ich kann da nicht auf jeden Fall. Ich kann da nicht auf jeden Fall versuchen. Ich kann das nicht auf jeden Fall machen. Ich kann das nicht auf jeden Fall sein. ok den kleinen schaden nehme ich gern und ich stück noch mal ein flacon dann kann ich nämlich auch mal die diese attacke überleben gut 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 läuft ja bisher nicht schlecht die konzentration du wahren wo ok es war jetzt nicht unbedingt die beste sonne aber gut ok das war jetzt in die falsche richtung vorgeprescht ok diesen aufwärtshack hat er schon lange nicht mehr gemacht aber wenigstens lief das jetzt wesentlich besser nun gut dann bis zum nächsten mal naja äh eher nicht weil das ist eine aufnahme die ihr niemals sehen werdet deswegen habe ich mich daran gewagt nur sift zu machen ach du schade ich frage nicht ob ich das ja noch schaffe die folgen muss ich dann noch umbenennen und ich werde wahrscheinlich sift gar nicht schaffen was mache ich eigentlich wenn ich ihn nicht schaffen ich überlege gerade ich glaube dann sende ich nichts raus dann läuft halt an dem tag nichts außer die meldung vielleicht läuft auch noch ein 5 minuten video oder so wo ich mich erklär Zeit habe ich eh wenig gerade in letzter Zeit obwohl ich ich wende halt viel für ein anderes projekt auf was euch sicherlich aufgefallen ist so und da sind wir beim nächsten versuch gegen sift und der kommt natürlich gleich mit der hammerattacke so so okay du wirst gleich so anfangen okay okay gut äh ja ja das kannst du machen wenn ich weg bin ja den kleinen schaden nehme ich auch okay das könnte jetzt in bessere versuch werden an sich ja ja okay ähm das mit schild hat er mir so viel noch abgezogen wow 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 das ist ja wow 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 So, wir haben einen Verkauf. Das war knapp. So. 52, das ist besser wie nix. So. Gut, 200 Schaden. Das ist immens. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, zurücktreigen, zurücktreigen. 92 Schaden. Oh. Die Deutke läuft, dass wir den Schweren geschossen. Das war einer der besten Versuche. Und da liegt noch was. Das sollte ich vielleicht mal aufsammeln. Tja. Da haben wir unsere Chance verzahnen. So. Und weiter geht's. Ach ja. Und da ist es bald wieder, sind wir da. In dem Sturm vorbei, bei den Zweien. Das ist gut, dass wir null haben, da muss ich mich zumindest darum nicht kümmern. Aber ich muss mir überlegen, ob ich jetzt auch noch die Estos-Flakons vielleicht erhöhe. Neu-Klein. Und da ist es nicht genau. Du brauchst Menschlichkeit. Brauchst Menschlichkeit. Ja! Ich muss mich überlegen, dass ich jemanden zur Seite hole. Ja, das hat wahrscheinlich auch dann einen Versuch, dass ich jemanden mir zur Seite hole. Das versuche ich mal beim nächsten Mal. Vielen Dank.